Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Forum Demokratie auf Phönix. Wir sind diesmal in Potsdam am Campus der Universität, direkt am Neuen Palais. Wir konzentrieren uns im Forum Demokratie dieses Jahr auf das Thema Europa, denn Europa und auch die EU stehen vor großen Herausforderungen. Donald Trump fordert Europa zu mehr Eigenverantwortung auf, während die Staatengemeinschaft in vielen Fragen uneins ist. Großbritanniens Brexit zwingt Europa, sich neu aufzustellen. Deutschland, so heißt es aller Orten, muss mehr Verantwortung übernehmen und stärker führen. Doch das geht nur in einem vereinten Europa, denn ein Blick zurück in die europäische Geschichte zeigt, deutsche Alleingänge haben weder dem Land noch dem Kontinent gut getan. Was wird aus Europa nach dem Brexit? Ist er Chance oder ist er das Ende der europäischen Einigung? Diese Fragen möchte ich mit einem Blick in die Geschichte diskutieren mit diesen Gästen. Zum einen begrüße ich sehr herzlich die polnische Historikerin Katarzyna Stoklosa, die an der Universität in Sonderburg in Dänemark lehrt. Ich begrüße sehr herzlich den irischen Historiker Brandon Simms, der in Cambridge lehrt. Und ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen EU-Kommissar Günther Verheugen und den Hausherrn sozusagen hier, Professor Manfred Götemarker, dessen historisches Institut direkt hinter uns liegt. Herzlich willkommen. Herr Götemarker, der Ort des Instituts hier direkt am Neuen Palais in Potsdam ist ja ein schöner Ort, aber es ist durchaus auch ein historischer Ort im Hinblick auf die europäische Geschichte. So kann man sagen. Das neue Palais wurde im 18. Jahrhundert erbaut nach dem Siebenjährigen Krieg von Friedrich dem Großen als Gästeschloss der preußischen Könige, natürlich um die Gäste zu beeindrucken und deutlich zu machen, dass Preußen jetzt zu einer europäischen Großmacht emporgestiegen war. In diesem Schloss hat aber auch Wilhelm II. gewohnt. Es war also tatsächlich ein Ort, in dem auch das Deutsche Reich dann nach 1871 präsent war. Und in diesem neuen Palais wurde dann am 31. Juli 1914 von Wilhelm II. und Reichskanzler Bethmann Hollweg eine Erklärung unterzeichnet, dass Deutschland sich nunmehr im Krieg befinde. Das heißt also, dieses Schloss weist auch in das Zeitalter der Weltkriege hinein. Und damit natürlich in die ganze Problematik dessen, was wir heute diskutieren, was auch jetzt wieder aktuell ist. Die Frage nämlich, ist in diesem neuen Europa Deutschland wieder zu einer großen Macht emporgestiegen? Und kann das vielleicht sogar wieder, wie Premierministerin Thatcher ja bei der Wiedervereinigung 1989, 90 erklärt hat, zum Problem werden? Kann also tatsächlich ein vereintes Deutschland mit einem Europa versöhnt werden oder geht das nicht? Also Fragen, die sich jetzt ganz neu stellen und natürlich auch wirklich ein Problem aufwerfen könnten, vor allen Dingen nach der Brexit-Entscheidung Großbritanniens, weil viele nun befürchten, dass die anderen Länder mit Deutschland auf dem europäischen Kontinent allein gelassen werden. Frau Stockloser, dieser Ort steht also auch für den Krieg in Europa, für die Urkatastrophe eigentlich des 20. Jahrhunderts. Hat dieser Krieg für Deutschland, hat hier quasi seinen Anfang genommen. Wenn wir nun auf den Ende dieses Krieges schauen, dieses Ersten Weltkrieges vor allen Dingen, dann steht da ja der Versailler Friedensvertrag. Es gibt das geflügelte Wort, wonach es heißt, ein Anfang eines Krieges ist schnell gemacht. Das Ende ist sehr viel schwieriger. Gilt das auch für den Versailler Vertrag? Der Versailler Vertrag wurde natürlich unterschiedlich wahrgenommen und analysiert. Kommt darauf an, ob man das aus der westeuropäischen Perspektive interpretiert hat oder aus der osteuropäischen und hier vor allem Polen. Der Versailler Vertrag spielte eine sehr wichtige Rolle für Polen, weil danach der polnische Staat wieder entstanden ist, begründet wurde. Und deswegen wird in Polen der Versailler Vertrag, vor allem der 13. Punkt von Woodrow Wilson, wird sehr stark thematisiert und idealisiert. Man vergisst oder man betont immer noch nicht in der polnischen Bibliografie, dass auch Wilson nicht unbedingt pro-polnisch war und dass Wilson sehr, sehr viele Vorurteile hatte in Bezug auf den zukünftigen polnischen Staat. Warum? Er glaubte nicht, dass der polnische Staat funktionsfähig werden kann. Das alles wurde lange Zeit von polnischen Historikern unterdrückt, nicht wahrgenommen, nicht thematisiert. Bis heute kann man sagen, nur kritische Historiker betonen auch die negativen Seiten oder Wahrnehmungen von Woodrow Wilson. Also zurück zu Ihrer Frage. Der Versailler Vertrag und das Ende des Ersten Weltkrieges wurde in Polen sehr glorifiziert, idealisiert und auch als der Anfang einer neuen Zukunft, auch als der Anfang für Polen und nicht nur für Polen, sondern für ganz Europa wahrgenommen. Ganz andere Darstellungen, als wenn wir uns westeuropäische Geschichte und die Analyse des Versailler Vertrags in den Büchern über Westeuropa anschauen. Herr Simms, der englische Wirtschaftswissenschaftler Keynes hat damals ja als Berater der britischen Regierung an dem Versailler Friedensvertrag durchaus mitbewirkt. Er hat damals sehr davon abgeraten, diesen Versailler Vertrag so abzuschließen. Er hat damals in seiner Schrift auch schon gesagt, dass das nicht gut ist. Das war ja da vielleicht sogar seiner Zeit schon ein wenig voraus. Oder wie ist es einzuschätzen? Ja, also Keynes hatte sicherlich recht, dass es nicht möglich war, Deutschland gleichzeitig wirtschaftlich zu unterdrücken, um einen politischen Effekt zu erzeugen, das heißt die Einhegung Deutschlands, aber dann gleichzeitig auch Europa wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen. Also das war die Quadratur des Kreises sozusagen. Und Keynes hatte ganz recht, dass das nicht möglich war. Auf der anderen Seite war das, was er sagte, für viele Briten unverständlich. Denn Großbritannien war ja als Siegermacht aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen. Es war eine Ordnungsmacht wieder in Europa. Und sie konnten nun partout nicht verstehen, warum jetzt die Deutschen nicht für den Krieg bezahlen sollten. Wenn man sich die Ideen von Keynes anschaut, der hat ja damals schon, Herr Verheugen, die Überwindung der Nationalstaaten zumindest angesprochen. War er damit auch voraus? Oder war Europa zu dem Zeitpunkt einfach nicht so weit, so etwas überhaupt anzudenken? Naja, das Denken in übernationalen Zusammenhängen war bei den Ökonomen schon des 18. Jahrhunderts absolut normal. Und auch im 19. und 20. Jahrhundert. Die Ökonomen zum Beispiel haben vor Beginn des Ersten Weltkrieges die Auffassung vertreten, angesichts der so engen internationalen Verpflichtung ist ein Krieg überhaupt nicht mehr möglich. Und es wird nicht zu einem Krieg kommen. Also da war Keynes eher Mainstream, was das angeht. Die Erkenntnis, dass der europäische Nationalstaat ökonomisch schwach, zu schwach, aber vor allen Dingen politisch zu gefährlich ist, um unverändert bestehen zu können. Diese Erkenntnis ist eine neue Erkenntnis und hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. Wir haben aber natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg doch eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die also für ein vereintes Europa eingetreten sind. Also wir haben nicht nur Keynes, sondern wir haben natürlich auch Graf Kudenovo-Kalergi, wir haben natürlich später Briand, wir haben Stresemann. Das heißt also, der Schock des Ersten Weltkrieges saß natürlich so tief, dass viele gedacht haben, wir müssen diesen alten europäischen Nationalstaat, so wie wir ihn aus dem 19. Jahrhundert kannten, eben überwinden, durch eine europäische Integration. Natürlich war das noch nicht mehrheitsfähig, es waren immer noch Einzelpersönlichkeiten, aber es gab doch das Bestreben schon. Und das ist dann natürlich nach 1929, die Weltwirtschaftskrise, den Aufstieg Hitlers, zunichte gemacht worden. Aber die Ansätze waren eben tatsächlich schon nach dem Ersten Weltkrieg da. Da würde ich gerne nochmal Frau Stokloser fragen, gerade diese Bewegung um Graf Kudenovo-Kalergi, die Professor Goethe-Marker gerade angesprochen haben. Kann man das, wenn man das rückblickend betrachtet, so als eine pro-europäische Bürgerbewegung schon ansehen? Oder wie würden Sie es einschätzen? Auf jeden Fall. Und wie Sie beide festgestellt haben, Herr Frau Heugen, Herr Goethe-Marker, darauf möchte ich ein bisschen anknüpfen, daran möchte ich anknüpfen. Und auch Sie, Herr Sims, dass es schon damals europäische Überlegungen gab, auch wie man mit wirtschaftlichen Lösungen Krisen überwindet. Ein Beweis dafür ist, Cain wurde auch in Polen wahrgenommen. Und schon vor der Veröffentlichung seiner Schrift wurde er von polnischen Wirtschaftshistorikern gelesen, analysiert. Und man hat viele seiner Ansätze übernommen, andere hat man kritisiert. Aber das war auch da. Und das beweist, man hat damals schon, damals nach so einer schwierigen Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit und während der Wirtschaftskrise, nicht in nationalen Kategorien gedacht, sondern schon das Beste übernommen aus anderen Ländern. Die besten Ansätze und gemeinsame Überlegungen gemacht, wie man eine Wirtschaftskrise lösen wird. All das beweist, dass wir solche europäischen Entwicklungen schon viel früher hatten als nach der Gründung der Europäischen Union. Darf ich dazu noch etwas beitragen? Weil ich glaube, dass der wichtigste Beitrag zur Idee der europäischen Einigung vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges ganz eng verbunden ist mit dem Namen eines polnischen und dem Namen eines slowakischen Politikers. Das ist häufig vergessen, aber es gibt aus dem Jahre 1943 einen Verfassungsentwurf für ein vereintes Europa, das initiiert von Präsidenten Sikorsky und Präsident Binisch, unterstützt von sämtlichen damals in London ansässigen Exilregierungen, die mit Ausnahme Norwegens übrigens heute auch alle in der Europäischen Union sind. Und es ist ein Verfassungsentwurf, der in seinen Grundzügen sehr stark dem ähnelt, was wir tatsächlich heute haben. Also ich halte den Punkt für sehr wichtig, gerade im Hinblick auf Polen, dass Polen nicht ein Land ist, das irgendwann viel, viel später dann endlich auch dazu kam. Nein, Polen ist ein Land, das mit am Anfang der ganzen Idee der europäischen Integration stand. Sie wollten das... Ja, und Großbritannien war auch während des Zweiten Weltkrieges Sponsor dieser Bewegung. Das heißt, Europa wurde von London aus sozusagen neu konzentriert. Wir alle wissen ja, wie das im 20. Jahrhundert dann weiterging. Und es ist ja müßig, darüber nun zu reden, was wäre, wenn. Aber wenn wir dann schauen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, die europäische Integration und die Einbindung des besiegten Deutschlands in einen Aufbau der europäischen Idee, würden Sie sagen, dass das eine Lehre aus der Geschichte war? Oder war das einfach nur der Pragmatismus, dass man ein Gegengewicht zur Supermacht Sowjetunion bilden wollte? Nein, es gab natürlich schon sehr bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine richtige Europa-Bewegung, eine basisdemokratische Bewegung, wenn man so will. Da sind dann also Menschen an die Grenzen marschiert, haben symbolisch die Schlagbäume geöffnet. Also diese Bewegung gab es schon. Aber man muss das natürlich auch politisch umsetzen. Und hier war es eben so, dass zwar manche Politiker, wie Winston Churchill zum Beispiel, aber der war dann in Opposition, sich stark für eine europäische Einigung eingesetzt haben, auch für eine Europa-Armee übrigens. Aber es gab natürlich in den Regierungen große Vorbehalte. Die Briten selber haben immer gesagt, we are not just another European country. Also sie wollten sozusagen nicht ein einfach anderes europäisches Land sein, sie waren etwas Besonderes, sahen sich im Grunde in einer völlig anderen Position und wollten mit Kontinentaleuropa nichts zu tun haben. Auch in Frankreich gab es große Vorbehalte gegen eine europäische Integration oder überhaupt gegen jegliche Integration. Und es bedurfte tatsächlich eines enormen amerikanischen Drucks, mit dem Marshallplan unter Drohung die Zahlungen für den Marshallplan auszusetzen, um dann die französische Regierung dann 1949, 50 dazu zu bringen, mit dem Schumann-Plan einen ersten Entwurf für eine europäische Integration vorzulegen. Aber wir dürfen nicht vergessen, vorher haben wir die Entwicklung des Europarates schon, Das heißt also, es gab Ansätze für eine europäische Integration, aber ein wirklicher Zusammenschluss, der kam tatsächlich erst auf äußeren Druck zustande. Professor Göttermaker hat es gerade angesprochen, Professor Simms, dass Churchill ja nach dem Zweiten Weltkrieg die berühmte Zürcher Rede gehalten hat, wo er ein vereinigtes Europa angesprochen hat. Wie ist diese Rede im Nachhinein auch zu bewerten? Hatte er denn eigentlich überhaupt gar keine Sorge vor einem vielleicht auch deutschlanddominierten Europa? Und war das für ihn vorstellbar, vielleicht auch die Briten doch ein wenig stärker dort zu integrieren? Also sein Konzept war, Europa kann nur bestehen, wenn es eine französisch-deutsche Aussündung gibt. Und die kann es nur im Rahmen einer europäischen Vereinigung geben. Er war aber ganz klar, dass Großbritannien nicht an dieser Einigung teilnehmen würde. Und das kann man auch verstehen, wenn man das jetzt historisch sieht. Also der Grund für diese europäische Vereinigung war, oder dieses Projekt war, zum einen Deutschland einzubinden, beziehungsweise auch zu mobilisieren und auch gegen die Sowjetunion Front zu machen. Und diese europäische Einigung konnte beides zustande bringen. Es war also eine Antwort auf die Probleme des 20. Jahrhunderts. Jetzt sagt aber keiner 1945, das Vereinigte Königreich ist so stark und so bedrohlich, es muss eingehegt werden, wie Deutschland. Es sagt aber auch keiner, es ist so schwach wie die anderen europäischen Staaten. Es bedürft des Schutzes einer solchen europäischen Vereinigung. Deshalb stimme ich auch Herrn Görtemacher zu. Das Vereinigte Königreich ist nach 1945 in einer völlig anderen Situation wie die anderen europäischen Mächte. Frau Stokloser, schauen wir ein wenig auf die Rolle der USA in dieser Zeit. Wie ist es eigentlich entstanden, dass die USA dann auch mit der Verkündung des Marshallplans eine so intensive Rolle in Europa gespielt haben? Und warum eigentlich? Das war von großer Bedeutung für Europa. Ohne Marshallplan kann man wirklich sagen, dass Europa es finanziell nicht geschafft hätte, wieder auf die Beine zu kommen. Und Marshallplan, hier konnten wir auch über unterschiedliche Interpretationsweisen sprechen. In den deutschen Geschichtsbüchern, in den polnischen Geschichtsbüchern, wieder in den polnischen wird das immer sehr stark hervorgehoben und idealisiert. Aber über die Rolle der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Marshallplan für ganz Europa können wir uns, glaube ich, alle einigen sagen, das spielte eine entscheidende Rolle für den Neuanfang, für den Wiederaufbau und auch, würde ich sagen, für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westeuropa. Das hat man damals noch nicht gesehen, aber das hat später eine Rolle gespielt für die Überwindung der Kluft zwischen beiden Teilen Europas. Herr Göttermarker, schauen wir noch mal ein wenig auf Großbritannien. Großbritannien hat sich das Ganze ja ein wenig von außen angeguckt, eine ganze Weile und ist erst 71 dazu gestoßen. Warum eigentlich so spät? Naja, zunächst noch mal einmal kurz zurück. Also für die USA war natürlich die Integration Europas eine Conditio sine qua non für die Vergabe des Marshallplans. Man hätte ja im Grunde das auch ganz anders machen können, sich wieder zurückziehen können wie nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist eben nicht geschehen. Aber es ist deswegen nicht geschehen, weil man gesagt hat, wir dürfen nicht den Fehler wiederholen, den wir nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben, nämlich Deutschland zu isolieren, Europa alleine zu lassen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass im Grunde diese alte europäische Nationalstaatsidee überwunden wird durch eine Politik der Integration. Das war sehr wichtig. Aber auch für die USA blieb Großbritannien von Anfang an draußen, weil man gesagt hat, die Briten befinden sich in einer speziellen Position. Sie haben das Commonwealth oder das Empire, sie haben die Special Relationship mit den USA und dann haben sie noch sozusagen den kleinen Kontinent Europa daneben. Also das war eine ganz besondere Situation, die also von daher natürlich eben auch dazu führte, dass die Briten dann eben sehr lange Zeit eben nicht Mitglied wurden. Sie sind es nicht geworden, weil sie sich dieser Integration nicht unterwerfen wollten. Sie haben aber sehr schnell gemerkt, Ende der 50er Jahre, dass das eigentlich ein Fehler war. Und dann haben sie versucht, sehr schnell hineinzukommen. Das wurde dann durch General de Gaulle verhindert. Und erst nach dem Rücktritt de Gaulles 1969 hatten die Briten dann sozusagen die zweite Chance, Europa beizutreten. Vorher haben sie versucht, über die sogenannte EFTA, einer European Free Trade Association, eine Art europäische Freihandelszone einzurichten. Das hat aber nicht funktioniert. Und insofern war das eben ein Fehler, der dann auch bald als Fehler erkannt wurde. Aber da war es eben für einen Beitritt schon zu spät. Weil de Gaulle eben argumentierte, die Briten sind sozusagen das amerikanische U-Boot in Europa und die wollen wir eben nicht drin haben. Also insofern setzte de Gaulle dann auf ein kontinentales Europa. Und Großbritannien hatte eben bis 1971 das Nachsehen. Aber 1971, Herr Verheugen, wurde Großbritannien dann auch Mitglied und hat aber dann innerhalb Europas ja auch immer irgendwo eine Sonderrolle gespielt. Also wenn wir jetzt auch wieder eine Perspektive haben, Großbritannien sogar nach dem Brexit. Aber worin drückte sich diese Sonderrolle Großbritanniens denn über diese vielen Jahre aus? Ich glaube, man muss sagen, dass von Anfang an der Keim des Scheiterns in diesem Projekt steckte. Es gab ja den Beitritt Großbritanniens ohne einen Volksentscheid in Großbritannien. Der ist erst nachgeholt worden, dann nach einem Regierungswechsel, ein paar Jahre später. Aber was interessant ist, ist, dass die Frage war, stimmen Sie dem Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Klammer auf, gemeinsamer Markt, Klammer zu, stimmen Sie dem zu. Das heißt, es war von Anfang an die Vorstellung, es handelt sich hier um einen wirtschaftlichen Interessenverband und nicht mehr. Und es ist in der britischen Gesellschaft schlicht und einfach die Vorstellung nicht verankert, dass wir eine politische Schicksalsgemeinschaft sind und nicht ein wirtschaftlicher Interessenverbund. Und das hat sich fortgesetzt und gesteigert bis in die jüngste Zeit hinein. Und ich gehe so weit zu sagen, dass die tieferen Ursachen für die Tatsache, dass wir Großbritannien jetzt, was ich tief bedauere, als Mitglied verlieren werden, schon in dieser Gründungsgeschichte liegen. Und man muss auch der britischen Politik hier einen Vorwurf machen, das vielleicht mit Ausnahme von Tony Blair eine Zeit lang sie nicht versucht hat, die eigentliche europäische Idee in Großbritannien tatsächlich populär zu machen, sondern dass sie dargestellt worden ist, als etwas, was uns entweder nützt oder nicht nützt. Und wenn es nicht nützt, dann machen wir nicht mit. Und wenn es uns nützt, dann machen wir mit. Und so kamen diese verschiedenen Entscheidungen zustande, mal dabei zu sein und mal nicht dabei zu sein. Es war, wenn ich so sagen darf, der Burm drin von Anfang an. Herr Sims, wir haben ja davon gesprochen, dass der europäische Einigungsprozess, das haben Sie eben schon angesprochen, sehr von der Aussöhnung Deutschland-Frankreichs auch getragen waren. Aber die Briten haben sich das immer nur von außen angeschaut. Herr Verheugen hat es eben gerade schön erklärt, die Emotionalität, die eigentlich Europa dann auch zusammengeführt hat, das ging den Briten immer ab. Woran liegt das? Warum war man da so ein bisschen immer außen vor? Ja, ich glaube, die Europäische Vereinigung ist gedacht, um etwas gut zu machen, was kaputt war in Europa. Alle Festlandseuropäischen Staaten waren gescheitert. Sie waren entweder, hatten sie sich der Diktatur unterworfen oder wurden von der Diktatur unterworfen. Das Vereinigte Königreich war Siegermacht. Es hatte Hitler getrotzt. Es war dann ab 1944 mit der Landung der Normandie eine Ordnungsmacht in Europa. Und ich behaupte, bleibt weiterhin eine Ordnungsmacht in Europa. Und der Eintritt des Vereinigten Königreichs in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschah zu einem Zeitpunkt, wo das europäische Projekt eigentlich mehr intergouvernmental war. Zumindest diesen Aspekt hatte. Das heißt, als in den 50er Jahren die Briten gesagt haben, das machen wir nicht mit, damals war es in der Tat eine Integrationsbewegung, die auf einen europäischen Staat hinzielte. Und da sagt die Briten, das machen wir nicht. Aber im Laufe der 60er Jahre wurde es dann rekonstruiert von Herrn de Gaulle und von anderen. Und es wurde mehr intergouvernmental. Das heißt, als die Briten eintraten, schien es möglich, das zu tun, ohne die eigene Souveränität zu komprimitieren. Was aber dann danach kam an Schüben, sagen wir mal, in der Integration, die ich übrigens gut heiße, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin ein Unterstützer einer Festlandeuropäischen Union. Aber ich glaube nicht, dass sie für Großbritannien zutrifft. Das ist der Unterschied. Also ich stehe sozusagen mit Churchill in dieser Sache. Frau Stöckloser, wir gehen so ein bisschen mit großen Schritten durch die Geschichte. Und ich würde jetzt gerne mal einen Blick auf die Wiedervereinigung Deutschlands werfen in den 90er Jahren. Würden Sie sagen, dass die deutsche Vereinigung ohne die vorherige Annäherung und Einigung Europas gar nicht hätte stattfinden können? Und wie war die Stimmung denn in Polen dazu? Ja, das ist ein Thema für eine stundenlange Diskussion. Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Und die eine These besagt, die deutsche Wiedervereinigung hätte auch dann stattgefunden, wenn es in Europa keine Veränderungen gegeben hätte. Aber die These, die überwiegt, sagt nein. Die deutsche Vereinigung hatte mit vielen Außenfaktoren zu tun. Mit der Schwäche damals im sowjetischen Block, in der Sowjetunion und in den Staaten, die unter sowjetischem Einfluss standen. Mit den Freiheitsbewegungen, natürlich in der DDR, aber dann in der Tschechoslowakei, in Polen schon 56, in der Tschechoslowakei 68. Und dann kommen wir zu der letzten wichtigen Bewegung für den osteuropäischen Block, oder für ganz Europa kann man sagen, Solidarność-Bewegung in Polen. Und das ist eine These, die jetzt nicht nur unter polnischen Historikern überwiegt dominiert, sondern auch nicht polnischen Historikern, dass diese Solidarność-Bewegung auch eine wichtige Rolle für die Wiedervereinigung Deutschlands spielte. Zu der Stimmung in Polen. Die Stimmung war kritisch. Das hängt auch damit zusammen mit dem Kohl-Besuch in Polen. Helmut Kohl hat Polen, Warschau besucht, als der ganze Prozess angefangen hat. Berliner Mauer fiel und Kohl war gesplitten. Einerseits wichtiger Besuch mit den polnischen Politikern, hatte Wichtiges zu besprechen. Andererseits, die Mauer fällt. Er wusste, er muss am richtigen Ort sein. Er muss zurück nach Berlin. Also hat er beschlossen, den Besuch darf er auf gar keinen Fall unterbrechen. Aber er kann ihn kurz für kurze Zeit verkürzen. Ja, aber er kam dann zurück. Also er ist nach Berlin. Also unterbrochen, nicht abgebrochen. Genau, unterbrochen, nicht abgebrochen. Und er ist also nach Berlin zurückgefahren. Weiß ich nicht, ob er geflogen oder wie er dahin gefahren ist. Gefahren, soviel ich weiß. Gefahren. Ja, geflogen. Und zwar ohne, dass die polnischen Gastgeber es genau wussten. Und kam dann zurück. Aber, und das ist ganz merkwürdig, Nicht, weil dann in Polen keine Dankbarkeit herrschte, dass Helmut Kohl zurückgekehrt ist in so einer wichtigen Zeit, sondern nach wie vor Kritik. Also die polnischen Politiker, und das hat auch später die polnische Presse wiedergegeben, haben kritisiert, dass Kohl beschlossen hat, kurz nach Berlin zurückzufahren und Polen nicht als wichtig genug behandelt habe. Und außerdem herrschte zu damaligem Zeitpunkt sehr große Angst vor der deutschen Wiedervereinigung. Und man hatte auch Angst, dass Kohl die deutsche Wiedervereinigung sehr stark, ja, also nur positiv für Deutschland entwickeln wird, nicht für ganz Europa. Es herrschte Angst, Misstrauen, Unsicherheit. Und deswegen war die Stimmung nicht gut. Erst später hat man erkannt, dass Helmut Kohl die deutsche Wiedervereinigung auf eine europäische Art und Weise durchgeführt hat. Und auf gar keinen Fall auf eine nationale Art und Weise. Aber das hat man erst viel später eingesehen. Jetzt, um ganz kurz die Frage zu beantworten, trotz dieser positiven Entwicklung war die Stimmung in Polen nicht gut. Da sind wir ja schon bei Helmut Kohl. Herr Verheugen, wenn wir das anschauen, ist Helmut Kohl die zentrale Figur des Einigungsprozesses? Kann man das so sagen? Worin bestand vor allen Dingen die europapolitische Bedeutung von Helmut Kohl? Wir haben es von Frau Klose ja gerade schon ein wenig gehört. Das ist, glaube ich, heute unbestritten. Er hatte wirklich den Grundsatz verinnerlicht, dass wir ein europäisches Deutschland unbedingt brauchen und ein deutsches Europa unbedingt vermeiden müssen. Also der berühmte Satz von Thomas Mann. Er hat ihn aber wirklich verinnerlicht und hat, wie ich glaube, besser als seine Vorgänger und seine Nachfolger, ich beziehe alle ein, verstanden, dass es dazu notwendig war, allen unseren Nachbarn die Sicherheit zu geben, dass von Deutschland keinerlei Gefahr für sie mehr ausgeht. Das ist der Grund, warum Kohl sich, was ich an ihm sehr bewundert habe immer, sehr viel Zeit genommen hat, auch für unsere kleineren Nachbarn. Er hat niemandem das Gefühl gegeben, es passiert das, was wir in Deutschland wollen. Also der Satz, Europa spricht Deutsch, der vor einigen Jahren hier in Berlin gesagt wurde, wäre Kohl garantiert nicht über die Lippen gekommen. Er hat Deutschland ganz bestimmt nicht künstlich klein gemacht. Er wusste ziemlich genau, wie wichtig Deutschland ist und dass Deutschland die zentrale Kraft in der Mitte Europas ist. Aber er wusste eben auch, dass man das nicht ausspielen darf, sondern dass dieses Gewicht in den Dienst eines gemeinsamen Interessen gestellt werden muss. Also er hatte für mein Gefühl eine sehr eindeutige, klare und richtige historische Perspektive. Ich muss allerdings sagen, für ihn, wie übrigens auch für mich, der ich ein paar Jahre jünger bin, aber die historische Perspektive dieselbe ist. Nämlich eine Jugend, die geprägt ist von den Erfahrungen eines zerstörten Landes, wo die Erinnerung an einen schrecklichen Krieg in der Familie noch ganz lebendig ist. dass für so jemand Europa oder die Idee, dass wir zusammenstehen müssen in Europa, ganz außer Frage steht. Also für mich zum Beispiel wäre es ganz unmöglich, diesen Gedanken in Frage zu stellen, was auch immer geschieht. Und für mich ist auch ganz klar, dass das nicht eine Frage des Preises ist, wie das in Deutschland ja oft gesehen wird, und wir bezahlen da zu viel, sondern dass es überhaupt keinen Preis geben kann, der so hoch ist, dass wir nichts zu bezahlen hätten, um dieses Europa zusammenzuhalten. Die Briten waren ja dem deutschen Einigungsprozess gegenüber sehr kritisch eingestellt. Wie beurteilt man denn heute die Rolle von Helmut Kohl in dieser Zeit? Also ich glaube, Sie haben völlig recht. Damals war das Argument, die deutsche Wiedervereinigung würde also die ganze Balance Europas durcheinander bringen. Es gab auch Dissens zwischen den Briten und den Franzosen. Die Franzosen sagten, Deutschland ist so mächtig, wir müssen es einhegen durch diesen europäischen Prozess. Die Briten, besonders Frau Thatcher, haben gesagt, nein, das Gegenteil wird passieren. Die Deutschen werden nicht eingehegt, sondern sie werden alles kontrollieren. Und es gibt natürlich jetzt einige Zungen, die sagen, dass es genau so ist es gekommen mit dem Euro. Aber ich glaube, dass aus britischer Sicht die deutsche Wiedervereinigung jetzt sehr positiv gesehen wird. Also es gibt eigentlich in dieser Hinsicht... Und damit auch Helmut Kohl? Auch Helmut Kohl. Und ich sehe, das deutsche Problem ist kein Problem des Verhaltens. Das ist damals auch in Großbritannien völlig falsch gesehen worden. Da sprach man immer vom Zweiten Weltkrieg, man sprach von den bösen Deutschen. Das war eigentlich nicht das Problem. Das Problem Deutschlands ist keine Verhaltensfrage, es ist eine strukturelle Frage. Es ist eine Frage, wie man ein Gebilde, das so groß ist und so potenziell mächtig, so wirtschaftlich stark, überhaupt in ein Europa einbinden kann, ohne eine politische Union. Und gerade das hat Helmut Kohl leider nicht zustande gebracht. Denn wenn er das getan hätte, dann hätten wir nicht diese Probleme mit dem Euro, nicht diese Probleme mit dem Schengen-Raum und nicht diese Probleme mit der Außenpolitik. Frau Stankloser, Sie haben eben ja schon davon gesprochen, dass man damals in Polen zur Zeit der Wiedervereinigung es noch nicht gesehen hat, dass Helmut Kohl eigentlich einen europäischen Ansatz auch hat, sondern man hat es als deutschen Ansatz interpretiert. Wie sieht man das denn heute in Polen? Sieht man da Kohl sozusagen milder, als man es damals in den 90ern getan hat? Seit 2015, seit der neuen polnischen Regierung jetzt nicht mehr, aber das hat sich verändert. Aber kommen wir erst mal zu diesem Zeitpunkt zurück, während der Wiedervereinigung. Herr Sims, das ist ganz interessant, weil man ähnliche Entwicklungen in Polen feststellen konnte. Die Polen haben sich auch damals auf die Briten berufen. Sie haben britische Politiker zitiert, im Zusammenhang mit ihren Ängsten, haben sich auf die Franzosen, aber die Briten berufen. Schaut mal, sie sehen es genauso kritisch. Also Angst vor einem starken Deutschland. Später hat sich das verändert. Man hat gesehen, Helmut Kohl und auch spätere deutsche Politiker wollen nicht auf die deutsche Art und Weise Europa gestalten, verändern, sondern auf eine europäische Art und Weise. Und sogar später hat man angesehen, dass Deutschland sehr stark in Ostmitteleuropa unterstützt hat. Und hier insbesondere Polen. Man hat sich schon als besonderer Nachbar gefühlt. Deswegen hat sich diese Rezeption verändert. Und nach 1990 und vor allem seit Mitte der 90er Jahre, kann man sagen, herrschte ein positives Bild Deutschlands und der deutschen Wiedervereinigung und der Gestaltung Europas auf deutsche Art und Weise oder unter Deutschen. Später unter der Regierung von Donald Tusk, als Sikorsky Außenminister war. Das war ganz wichtig, weil er 2011 sagte, die Deutschen sollen nach vorne gehen. Also sie wollten stärker sein. Sie sollten dominieren. Sie sollten nicht im Hintergrund bleiben, sondern die führenden... Er hat gesagt, ich habe keine Angst vor einem Deutschland, das aktiv ist, sondern mehr Angst vor einem Deutschland, das nichts wird. Ihm geschieht da ein bisschen Unrecht. Dass sich Deutschland zu wenig zutraut. Dass Deutschland nicht diese führende Rolle... Also er hat jedenfalls kein dominierendes Deutschland verlangt. Das hat er verlangt, ja. Eine führende Rolle. Er hat eine führende Rolle. Er hat gesagt, Deutschland soll sich mehr zutrauen. Aber das ist auch schon nicht mehr Wirklichkeit. Und seitdem die polnische PiS-Regierung Recht und Gerechtigkeit an der Macht seit 2015, hat sich wieder die Rezeption verändert. Und jetzt kann man nicht sagen, dass sich Polen oder polenpolnische Politiker die Führungsmacht ein starkes Deutschland wünschen. Das hat sich also wieder verändert. Und es wird kritisiert, dass Deutschland das ab und zu versuche, aus der Perspektive der polnischen Politiker diese Rolle zu übernehmen. Also das hat sich im Laufe der Zeit immer stark verändert, abhängig von der herrschenden Regierung, abhängig von der herrschenden politischen und sozialen Situation. Ja, da gibt es ja ein wirklich evidentes Problem. Und ich habe hier sehr viel Verständnis, auch für die Haltung der jetzigen polnischen Regierung. Das Problem ist die energiepolitische Zusammenarbeit Deutschlands mit Russland, zulasten Polens und zulasten der Ukraine. Und ich kann sehr gut verstehen, dass das, was Berlin da macht, in Polen wahrgenommen wird, als ein Versuch, sich sein eigenes Schäfchen ins Trocken zu bringen, aber Polen und die Ukraine und die baltischen Länder sozusagen dem guten Willen Moskaus auszuliefern. Also an diesem Vorwurf ist ja was dran. Und ich konnte von Anfang an nicht verstehen, warum bei diesem Projekt Nord Stream 1 nicht Polen mit einbezogen worden ist von Anfang an. Also es gibt da schon etwas, was man aus polnischer Sicht der deutschen Politik vorwerfen kann. Und es gibt dahinter steckend natürlich die völlig andere Auffassung in Polen und in Deutschland, von der Rolle Russlands und von dem, was wir von Russland in der Zukunft zu erwarten haben. Also noch größere Unterschiede als die allgemeine polnische und die allgemeine deutsche Auffassung zu diesem Thema kann man sich kaum vorstellen. Das ist in meiner Augen der Grund dafür, warum die beiden Regierungen sich im Augenblick so schwer tun, eine gemeinsame Basis zu finden. Frau Schockloser, ich würde gerne noch einmal bei Herrn Görtemacher zurückkommen zu Helmut Kohl. Würden Sie sagen, dass mit Helmut Kohl vielleicht auch so der letzte wirklich glühende Europäer von uns gegangen ist? Denn er hat ja ein Herzblut für Europa auch entwickelt, das heute vielleicht viele vermissen oder eine Emotionalität auch für Europa entwickelt, die man heute bei vielen vermisst. Ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das so ist. Also ich würde Herrn Simms recht geben, dass das wirklich ein Ordnungsproblem ist. Natürlich braucht man ein gewisses Engagement für Europa, um tatsächlich eine solche Politik zu machen. Das ist schon richtig. Aber man braucht natürlich auch den kühlen Verstand. Und hier haben wir natürlich gerade im Verhältnis zu Polen einiges nachzuholen. Denn Geschichte lebt. Das heißt also, das deutsch-russische Verhältnis ist immer natürlich auch mit Polen eng verbunden gewesen. Das können wir aus der Geschichte des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts eben sehr gut lernen. Und wir sollten daraus lernen. Auch die Briten übrigens sind natürlich hier ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, aus der Geschichte auszusteigen. Also die Briten leben natürlich in ihrer eigenen Tradition. Das muss man verstehen. Ob das ökonomisch immer so klug ist, ist eine andere Frage. Ich glaube ja, im Gegensatz zu Herrn Simms, dem ich ansonsten fast immer zustimme, dass also der Nichtbeitritt Großbritanniens in den 50er-Jahren ein ökonomischer Fehler war, den sie dann versucht haben zu korrigieren. Sie haben ihn korrigiert. Den Briten geht es heute gut. Jetzt machen sie den zweiten Fehler, indem sie wieder austreten. Dann wird es ihnen ökonomisch wahrscheinlich wieder schlecht gehen. Also hier würde man auch den Briten ein wenig mehr, nicht nur Tradition, sondern auch Verstand wünschen, kühlen Verstand wünschen, aber eben auch uns Deutschen. Und wir müssen einfach verstehen, dass ein starkes Deutschland, ein vereintes Deutschland in der Mitte Europas ein Machtgewicht darstellt, ob wir das wollen oder nicht wollen, an dem man einfach nicht vorbeigehen kann. Wir müssen das akzeptieren und wir müssen versuchen, das in eine europäische Ordnung einzubetten. Das hat Helmut Kohl auch gewollt, natürlich auch mit sehr viel Emotion, das ist richtig. Aber die Zeit nach 1989 war eben eine Zeit der Emotion. Heute brauchen wir eigentlich eher den kühlen Verstand. Den kühlen Verstand, Herr Simms, da komme ich doch gleich mal zu. Der Austritt Großbritanniens jetzt aus der EU, der Brexit. Inwiefern wird er denn das Gefüge der EU durcheinander bringen? Ja, es ist natürlich ein sehr großer psychologischer Schlag. Das ist keine Frage. Es ist auch ein... Also doch auch Emotionalität dabei. Es ist ein Schlag für die Europäer, ganz klar. Es ist eine Abweisung. Es ist eine Abweisung von einem Staat, welches einer der Ordnungsmächte in Europa ist. Das ist nicht so etwa wie ein Brexit oder ein Ausstieg Portugals oder so etwas. Es ist wirklich ein Urteil über die Europäische Union. Ein Brexit wäre ein Urteil über Griechenland. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es ist ein Schock. Es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Schock, denn das Geld muss jetzt irgendwo her, um das Budget zu bezahlen. Und ich würde meinen, Europa muss sich auch neu konzipieren. Und in zwei Hinsichten. Zum einen muss Festlandseuropa, muss sich zu einer politischen Union zusammenraffen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und zum Zweiten brauchen wir ein neues politisches Konzept für das Verhältnis zwischen Großbritannien und Festlandseuropa. Denn wenn Portugal austreten würde oder Griechenland, dann würde es keinem interessieren, was die in einer größeren europäischen Frage, wie die denken. Aber was die Briten denken, wird auch nach dem Brexit von Wichtigkeit sein für Europa. Das heißt also, wir brauchen eine neue konföderale Struktur, würde ich fast sagen. Würden Sie dem zustimmen, Herr Verheugen? Inwiefern muss Europa sich auch ein Stück weit neu definieren nach dem Brexit? Ja, ich glaube, Herr Simms hat recht. Der Brexit verstärkt Notwendigkeiten, die schon vorher da waren. Schafft sie nicht erst. Aber wenn man sich die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte einigermaßen vorstellt, klar, die Welt wird sich in einer Art und Weise verändern, die auf jeden Fall bedeutet, dass wir als Europäer in der Gefahr sind, vollkommen marginalisiert zu werden. Politisch und wirtschaftlich. Und dem können wir nur widerstehen, indem wir unsere Kräfte zusammenfassen. Also die Gründe für mehr politische und wirtschaftliche Einigkeit in Europa werden, wenn wir die Welt um uns herum betrachten, ja in Wahrheit von Tag zu Tag stärker. Und ich würde denjenigen zustimmen, die sagen, dass Fortschritte in der Integration Europas möglicherweise jetzt sogar leichter zu erreichen sind. Großbritannien hätte da nicht mitgemacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich wünschte mir allerdings, dass man die jetzige Situation dazu nutzen würde, die Frage zu stellen, wie soll denn unser langfristiges Verhältnis zu all den europäischen Staaten aussehen, die aus unterschiedlichen Gründen an der EU-Integration nicht mitwirken können oder wollen. Das ist ja nicht nur Großbritannien. Da haben wir ja noch drei ganz andere, ganz andere große und wichtige Länder, die Ukraine, Russland und die Türkei, die zwar formell noch ein Beitrittskandidat ist, aber keiner glaubt ja im Ernst daran, dass das in vorhersehbarer Zukunft eine realistische Perspektive ist. Das heißt, wir müssen eigentlich die Frage stellen, wie ordnen wir unser Verhältnis zu unseren wichtigsten europäischen Nachbarn in dem Sinne, dass Europa als Kontinent, also das ganze Europa in der Welt von morgen seinen Bürgerinnen und Bürgern Frieden, Sicherheit und Wohlstand liefern kann. Und darum geht es ja. Also insofern glaube ich, Herr Simms hat recht. Wir müssen uns hier einen Ruck geben, und mit der politischen Union vorankommen. Ich denke, dass die Währungsunion sich relativ bald jetzt weiterentwickeln wird, dass also nach der Wahl in Frankreich und den klaren Ansagen, die wir von Präsident Macron bekommen haben, in die Frage der Neukonstruktion der Währungsunion jetzt Bewegung kommen wird. Und das dürfte dann eigentlich der Kern werden für die politische Union, die wir brauchen. Ja, ich würde gerne noch hinzufügen, also diese Perspektive ist natürlich dringend notwendig, und Europa befindet sich tatsächlich am Scheideweg. Aber wir dürfen nicht vergessen, Europa hat auch massive Probleme im Moment. Und der Brexit hat das eigentlich nur noch mal verschärft und deutlich gemacht. Aber die Probleme liegen natürlich auf vielen Feldern. Der Euro funktioniert in der vorliegenden Fassung eben nicht. Wir haben die Flüchtlingsproblematik, wir haben die Sicherheitsproblematik. Das heißt, wir haben natürlich eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die eigentlich nicht mehr in diese Europäische Union gehören, wenn sie so weitermachen wie bisher, weil sie unsere Werte nicht teilen. Das heißt also, wie kriegen wir diese Staaten dazu, wieder nach Europa zurückzukehren, auch in ihrem konkreten Verhalten. Das heißt, wir haben in Kontinentaleuropa große Probleme, die durch den Brexit eigentlich nochmals verschärft worden sind. Und wie wir diese Probleme lösen, das wird die große Frage sein. Und da glaube ich in der Tat auch, hat Herr Verheugen vollkommen recht, dass wir das stärker durch eine politische Union lösen müssen. Aber wir dürfen natürlich die Augen nicht verschließen vor den konkreten Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Wichtig ist bei diesen Herausforderungen ja immer wieder, so wird gesagt, der deutsch-französische Motor. Mit Macron haben viele jetzt die Hoffnung, dass dieser deutsch-französische Motor auch wieder richtig ans Laufen kommt. Wichtig für Europa. Wie sieht man das von Polen aus? Leider nicht gut. Seit gestern, gerade gestern, vorgestern und gestern, wurde Macron in Polen kritisiert oder von polnischen Vertretern in Rüssel. Ähnlich wie von ungarischen Vertretern, von ungarischen noch stärker. Und zwar hat Orban gesagt, sei ein Neuling und kenne sich nicht aus und man müsse sich auch auf erfahrene Politiker stützen und nicht die Neuling und leider diese Sichtweise, obwohl nicht so aggressiv, nicht so direkt, aber wurde in Polen übernommen. Und auch in Polen wird Macron kritisiert. Und dieser deutsch-französische Motor, muss man sagen, wurde in Polen nicht immer unterstützt, weil man das als eine Art Konkurrenz gesehen hat. Und dann hat man sich bei gegenseitigen stadtlichen Staatsbesuchen, hat man immer verglichen, ob derjenige zuerst nach Polen gereist ist, nach Warschau oder nach Paris. Das wurde immer sehr stark verglichen. Und der deutsche-französische Motor, ja, wurde in Polen, wenn nicht immer kritisiert, dann neidisch gesehen. Und nur im Zusammenhang mit dem Weimarer Dreieck hat man das unterstützt und positiv gesehen, aber nicht unbedingt die bilaterale Zusammenarbeit. Das Weimarer Dreieck hat nun wirklich nichts, aber auch gar nichts zustande gebracht. Das Weimarer Dreieck, also die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, basiert auf einer Presseerklärung der Außenminister. Presseerklärung, mehr war das nicht. Konkret geleistet hat das Weimarer Dreieck nichts. Und das liegt daran, dass in Paris überhaupt kein Interesse daran besteht. Und das auch in der deutsch-französischen Zusammenarbeit sich zeigt, siehe Minsk. Am Anfang durften die Polen dabei sein, wenn es um die Frage ging, was wird aus der Ukraine. Als es aber ernst wurde, das Minsker Abkommen zu machen, war plötzlich der polnische Außenminister nicht mehr eingeladen. Dann machen die Deutschen und die Franzosen das lieber allein. Also ich setze Ihnen das Weimarer Dreieck nicht die geringsten Hoffnungen, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass es für die langfristige Stabilität Europas absolut notwendig wäre, eine Achse des Vertrauens und der Kooperation zwischen Paris, Berlin und Warschau zu haben. Also eine Stabilitätsachse über den ganzen Kontinent hinweg. Da sind wir leider weit von entfernt. Ich bin ja häufig in Polen. Und ich sehe diese unerwiderte Liebe der Polen zu Frankreich. Das tut einem geradezu weh. Die Wahrheit ist, Vielleicht wird es mit Macron ein wenig anders. Die Wahrheit ist, dass Frankreich noch nicht mal ein Interesse daran hatte, dass Polen Mitglied der Europäischen Union wird. Und ich die größten Mühe hatte, Frankreich davon zu überzeugen. Sie kommen gleich dran. Aber ich würde Herrn Görtemacher gerne noch mal fragen, wenn man sieht, dass Europa sich da ja jetzt auch neu sortieren muss mit dem Brexit, stellt sich ja auch immer wieder die Frage, inwiefern Deutschland in ein europäisches Gleichgewicht reinpasst. Und viele stellen sich inzwischen auch schon die Frage, ob es wieder eine neue deutsche Frage gibt. Würden Sie dem zustimmen? Gibt es die? Nein, eigentlich nicht. Also es gibt eine zu starke wirtschaftliche Dominanz der Deutschen. Das ist das Kernproblem momentan. Und deswegen wird das so empfunden. Aber das deutsche Verhalten richtet sich eigentlich nicht danach aus. Also deswegen bin ich auch bei Macron immer noch ein bisschen vorsichtig. Wenn es Macron nicht gelingt, den französischen Arbeitsmarkt zu reformieren und die französische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dann haben wir da ein großes Problem, was längerfristig eben auch bestehen bleiben wird. Das gleiche Problem haben wir jetzt in Italien, wo die Regierung nicht wirklich funktioniert und die Reformen auch nicht gemacht werden. Und wenn dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht so stark bleibt, dann werden wir tatsächlich eine Diskussion bekommen über die neue deutsche Frage. Und dann wird man im Nachhinein sagen, hat Margaret Thatcher vielleicht doch recht behalten, dass ein vereintes Deutschland mit einem gemeinsamen Europa nicht vereinbar ist. Und dann wäre natürlich Simms wieder gefragt, wie kriegt man die Einbindung hin in einer neuen europäischen Ordnung. Und dann sind wir wieder bei der politischen Union. Und da landen wir auch immer wieder. Also insofern ist es die Frage, gelingt es anderen europäischen Staaten, wirtschaftlich mit den Deutschen einigermaßen gleichzuziehen, dann hätten wir geringere Probleme. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir diese deutsche Frage bekommen. Und dann haben wir in der Tat in den nächsten Jahren wieder eine heiße Diskussion über die Rolle der Deutschen in Europa. Dann frage ich Sie doch direkt auch, Herr Simms. Als Reaktion auf den Brexit haben Sie ja nichts Geringeres als einen föderativen europäischen Staat nach Vorbild der USA und Großbritannien gefordert, bestehend aus den Mitgliedern der Eurozone. Würden Sie sagen, jetzt ist der Moment für die Vertiefung Europas, jetzt muss es sein, jetzt muss es kommen? Jetzt ist absolut der Moment, denn alle diese Probleme, die wir besprochen haben, Euro, Außenpolitik, Verteidigung, Russland, Migration, das sind alles föderale Probleme. Das sind alles föderale Verlangen, die wir haben. Und wir geben uns nur konföderale Instrumente, dieser Lage Herr zu werden. Man kann mit einer politischen Konföderation keine gemeinsame Währung machen, das sehen wir ja. Man kann keine gemeinsame Außenpolitik machen und keinen gemeinsamen Reiseraum, Schengenraum. Das heißt, wir brauchen diese politische Union. Und deshalb kann eine konföderale Lösung, meinetwegen Deutschland, Frankreich, Deutschland, Polen, das funktioniert auch nicht. Man muss den Nationalstaat überwinden. Er ist übrigens in Großbritannien, wie Sie schon erwähnten, überwinden worden. Also England ist kein, es gibt keinen Nationalstaat England. Der Nationalstaat England ist aufgegangen. 1707 in die United Kingdom. Und das Vereinigte Königreich hat alles, was wesentlich ist. Die Schuld, also die Währung, die gemeinsame Außenpolitik, das gemeinsame Agieren in der Welt, das ist alles Unionssache. Und dieses Modell ist dann in dem Ende des 18. Jahrhunderts auf die Vereinigten Staaten angewandt worden. Und wir sehen, beide Gebilde, Vereinigtes Königreich, Vereinigten Staaten, sind stabil. Und das, was wir in Festlandseuropa haben, ohne politische Union, ist instabil. Ist denn das, Herr Verheugen, was der Historiker fordert, politisch überhaupt durchzusetzen? Angesichts der Tatsache, in welchem Zustand sich die EU zurzeit zeigt? Zurzeit jedenfalls nicht. Das ist eine Zukunftsvision. Eine der mehreren möglichen, nebenbei bemerkt, ganz gewiss nicht die einzige. Im Augenblick sehe ich das so, dass es kein einziges europäisches Volk gibt, das bereit ist, seine eigene Staatlichkeit zugunsten einer überstaatlichen Struktur auf dem europäischen Kontinent aufzugeben. Kein einziges. Das ist in keinem einzigen Land mehrheitsfähig. Können Sie sagen, viele große Ideen sind am Anfang nicht mehrheitsfähig gewesen? Sie haben die Staatlichkeit nicht. Moment, Moment. Sie können, also viele große Ideen sind am Anfang nicht mehrheitsfähig gewesen. Da muss die politische Führung eben darum kämpfen, dass es mehrheitsfähig wird. Dem stimme ich ja zu. Das wird aber eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass wir die notwendige Vertiefung erreichen müssen auf dem bisherigen Weg. Also die Europäische Union bleibt eine hybride Form der politischen Organisation, in der Elemente von beidem enthalten sind. Wir haben ja in der EU absolut starke föderale Elemente. Überall da, wo wir die Gemeinschaftspolitik haben, agiert die Kommission wie eine Regierung, haben wir ein voll handlungsfähiges Parlament. Und überall dort, wo wir keine Gemeinschaftspolitik haben, ist das konföderal organisiert. Und das wird mit Sicherheit noch für einige Zeit zu bleiben. Herr Gauthe, Marker-Brenton-Simps hat ja auch gesagt, dass Staatenunionen sich nicht auf einem evolutionären Weg bilden, sondern dass man sozusagen einen großen Knall braucht, wenn man sich Europa in dem jetzigen Zustand anguckt. Kann so was passieren? Also wir sind, glaube ich, alle, so wie wir sitzen, Anhänger des europäischen Projekts. Das kann man sagen. Das ist eine große Idee. Die war nach den beiden Weltkriegen natürlich auch sehr sinnvoll, wenn nicht sogar überfällig. Aber es hat eben dieser beiden Kriege bedurft, um die Europäer dazu zu bringen, einem solchen Projekt überhaupt erst mal nahe zu drehen. Und dann war es lange Zeit ein intergouvernementales Projekt. Das heißt, die Regierungen haben das betrieben, aber die Bevölkerungen sind den Weg nicht wirklich mitgegangen. Und insofern kann man doch sehr skeptisch sein, ob ein solcher großer Wurf tatsächlich angesichts der Probleme, die wir jetzt haben, schon möglich ist. Ich würde da auch Herrn Verheugen zustimmen, dass wir dafür keine Mehrheiten haben in Europa und eigentlich in keinem europäischen Land, übrigens auch nicht in Deutschland. Ich glaube, dass die Deutschen eben nicht bereit wären, etwa im Rahmen der Eurozone, die Zugeständnisse zu machen, die notwendig wären, um ein solches Projekt zustande zu bringen. Denn das würde ja auf eine Transferunion hinauslaufen, eine Vereuropäisierung sozusagen der Schulden, die es in Europa gibt. Da sehe ich eben auch keine Mehrheiten. Und das gilt natürlich noch sehr viel mehr für Polen, für Ungarn, für andere Länder. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich auf diesem Wege, so wie wir es besser versucht haben, Probleme zu lösen, durch immer neue Regierungskonferenzen usw. noch ein ganzes Stück weitermachen. Und ich glaube, dass es da auch Lösungsansätze gibt, etwa in der Flüchtlingsfrage, auch in der Eurozone. Da wird man eben auch Lösungen finden müssen, die dann auch tragfähig sind. Aber ich glaube, ein großer Entwurf für ein neues Europa ist unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht zu erwarten. Wir sind fast am Ende der Sendung, Frau Schocklose, deswegen würde ich gerne eine Schlussfrage stellen und würde gerne mit Ihnen anfangen. Wo stehen wir denn, was die Wertegemeinschaft Europas angeht? Das ist das, was Herr Götter-Marker schon ausgeführt hat. Und da bin ich einverstanden. Wir kämpfen mit vielen Problemen und das Hauptproblem bleibt, den europäischen Gedanken, den Bürgern zu vermitteln. Andererseits, dort, wo es knallt, wo es Probleme gibt, Polen, Ungarn, da entsteht jetzt eine neue Gesellschaft, europäische Gesellschaft, Bürger, die sich wehren gegen die Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. gegen die Schließung der Europäischen Universität in Budapest. Wissenschaftler, die protestieren, Studenten, Schüler, aber auch ganz, ganz einfache Bürger. Und in diesem Sinne sehe ich das positiv. Ich denke, dass die Krisen zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einen Neuanfang bedeuten können und der Anfang einer vielleicht großen Veränderung und der Vermittlung der europäischen Ideen unter der Bevölkerung. Herr Verheugen, Werte Gemeinschaft Europas, wie wichtig, wo stehen wir da? Nicht da, wo wir stehen möchten. Möchten und sollten? Also ich muss, man muss einfach konstatieren, dass die Werte unterschiedlich interpretiert werden. Und keineswegs würden alle Polen dem zustimmen, wenn wir sagen, in Polen werden rechtsstaatliche Prinzipien nicht mehr beachtet. Das ist nicht die Meinung aller Polen. Das ist auch nicht die Meinung aller Ungarn, wenn wir sagen, Ungarn entfernt sich von der Demokratie. Ich glaube Folgendes, dass die europäischen Wertvorstellungen, also Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, in all diesen Gesellschaften inzwischen bereits so stark verankert sind, dass das, was wir im Augenblick erleben, vorübergehende Erscheinungen sind. Und wenn ich einem Volk in Europa zutraue, dass es seine Demokratie auf jeden Fall verteidigen wird und nicht zulassen wird, dass sie in den Orkus der Geschichte gerät, dann ist es Polen. Und ich denke, die Frage, was aus Polen wird, können wir ganz getrost dem Polen selber überlassen. Herr Simms, inwiefern werden die Briten denn weiterhin auch in der Wertegemeinschaft Europas sein? Ich glaube, Großbritannien wird ganz vorne sein. Also es leistet einen überproportionalen Beitrag zur Verteidigung Europas durch die NATO. Es ist immer natürlich auch ein Vertreter der Demokratie und der freien wirtschaftlichen Organisation in Europa gewesen. Ich sagte am Anfang, Großbritannien war seit hunderten von Jahren Ordnungsmacht in Europa. Und ich glaube, es wird es auch nach dem Brexit so bleiben. Und meine Hoffnung ist, dass wir ein neues System entwerfen können, wo sowohl Großbritannien wie auch ein vereinigtes Europa zusammenarbeiten können. Herr Görtemacher. Also ich glaube, dass wir ja in Europa schon einen sehr weiten Weg gegangen sind. Gerade wenn ich mir die jüngeren Generationen anschaue, da werden die Werte doch weitgehend geteilt. Das mag in einzelnen Ländern auf der Ebene der Regierungen anders sein, aber bei der überwiegenden Mehrheit der Europäer gibt es doch so etwas wie gemeinsame Werte. Und das verbindet uns übrigens auch weiterhin mit Großbritannien, denn die britischen Werte, die teilen wir eben genauso. Und das wird auch umgekehrt so sein. Also insofern bin ich nicht ganz so pessimistisch, was die Zukunft Europas betrifft. Allerdings müssen wir die konkreten Probleme, die wir haben, auch lösen. Ich bedanke mich in dieser Runde sehr herzlich für die Diskussion und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen, für unser Forum Demokratie von Phoenix. Auf Wiedersehen.